Okay... Geiler Anfang! Go! Yay! Go! Go, go! Hi! Ich soll die Shisha anfeuern. Wir sind wieder hier. Und wir machen jetzt einfach mal mit Amnisha weiter. Da, wo wir aufgehört haben. Ähm... Um... Ich hasse ja, Kämpfer. Da, wenn ich ins Lab kommen, machen wir jetzt einfach mal weiter. Ähm... Entschuldigung, übrigens viel Verspätung für die lange... Ich hab zwar gesagt, ich hab euch angelogen. Direkt volle Kanne ins Gesicht. Ich hab gesagt, wir machen regelmäßiger Videos. Das war eine totale Lüge. Leider. Es tut mir leid, ich hab Schule eh gedrückt. Ich wollte eigentlich weitermachen, aber dann war... Dead Island noch im Weg und Domi war nicht da übers Wochenende. In Österreich! In Österreich! Was? Nein. Ja. Da reden die alle so. Ja. Ja, 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 ja. Das sind die Grauenhampferte. Was? Ja, da musst du hin. Nein, ich sag nichts... Nein, das bist... Nein, 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 nein. Lachen wir das Thema mal. Ja, genau. Was ist jetzt los? Da vibriert alles! Der Alexander hat seinen Fibrator nicht ausgeschleift. Ich... Ich... Ich muss aber groß sein! Ja, ja! Okay, wir wollen wir jetzt nicht... Hahahaha! 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 Ah ja! Hilfe! Das wird Kreische. Okay. So. Okay. Konzentrieren. Gruseliges Spielen. Das ist sehr gruselig gerade, ja. Wir haben zwei Oils. Und. Sieht er? Wir sind voll Kindestormi, echt. Wir sind jung geblieben, so muss man es sagen. Oh no! Ähm. Ich lieb. Wie soll man denn da wegkommen? Äh. WTF? Oh! Wett! Hat ich das Monster jetzt angebretzt, oder was? Ah, das geht weiter. Okay. Hä? Die schleppen dich weg, oder? Ne, ich hab dir jetzt das alte Save-Game wieder. Ja, aber warum? Das würde Sinn machen. Äh? Ne. Du hattest im Knast. Au. Ich dachte schon, wenn man da so schnell wegkommt. Äh, da waren wir ganz ganz nebenbei, wenn wir die Aufnahme begonnen haben. So, sind wir fünf Minuten angefangen, sind wir perfekt. Okay. Unterbrechen. Okay. Aber ich hab noch alles. Okay. Und das weiter weg. Nein. Nein. Ach, doch, ja, weil ich ganz am Anfang... Ich hab's vergessen. Ich hab's gebraucht. Ich hab's gebraucht. Ich hab's gebraucht. Du kannst hier warten und die Schatten stoppen. Danke, Freundin. Was ist denn das? Du hast Hammer und Meißel, wie immer. Haha, die habe es mir nicht abgenommen, die Schweine. Petrus! Au! Na genau! Wie hat denn der das geschafft? Ist das ein Hulk oder sowas? Die ist natürlich offen. Ich glaube, hier geht es direkt voll ab. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich schaue solely, um mich zu verhindern, die Erinnerungen der letzten paar Tage zu verhindern. Wenn ich glücklich bin, werde ich schlafen, und Zeit wird ohne Arbeit gehen. Ich habe angefangen, mich selbst aus meiner Präsenz zu weinen. Als ich zuerst gekommen bin, fühlte ich, als ich in einer Trompe wurde. Na, lass das gehen, bitte, ja. Ah! In my dreams, Alexander, I am King. In my dreams, I best you and escape your clutches, and return with all the lights of the realm carrying pistols. Jawohl! Saber-rider Anamnesia-Sheriffs Was geht ab? War das richtig? Ich weiß es nicht. WTF? Da war eine Tinderbox hinter dem. Ja gut, okay. Ja gut, okay. Hat er was? Ein Brunnen, ja. Guck ich da raus. Aber er hat was beschrieben. Wahrscheinlich finder nach the way out. Oh, ich hasse dieses Spiel schon wieder. Find a key to open the door. Können wir da vielleicht wieder was dranhängen? Haben wir so eine Art Fleisch oder sowas? Naja, du hast den Knochen noch. Den Knochen noch. Den Knochen noch? Nee. Okay. Weiter im Text. Rope? Ich hab das Gefühl nicht los, dass hier irgendwas... Ach, wir sind so kindisch, Domi. Ja, aber es ist toll. Mensch, hör auf damit. Nicht vergessen ins Mikro zu reden, Domi. Nee. Sonst bist du da zu leise. Mikro. Und ich darf hier... Ey, was ist denn jetzt das Mikro? Das mit dem dünnen Ende oder das mit diesem Knüppel oben drauf? Näh, ich weiß gar nicht, was du grad meinst. Egal. Näh. Ich bin gefangen. Vielleicht einfach komplett runter? Ja, denkst du, da hängt jetzt noch ein Monster den Schlüssel dran? Wenn's nett ist. Das hat schon mal geklappt. Eilung. Voll die Items. Hab ich eigentlich Katzenbruisers oder sowas? Ja. Ach. Was soll's. Er ist live. Ich lüge. Aber wo hat denn das Viech den Schlüssel hin? Der muss doch ja irgendwo den Schlüssel hingelegt haben, oder? Das verfügt zumindest über genügend Hirn, sowas zu machen, anscheinend. Kannst du durch die Röhre klettern? Ich glaub, der passt nur zu Super Mario, aber ich konnte es verwenden. Eiss. Was? Psst. Gut. Ähm. Can't use the item. Du hast aber leider nichts anderes. Was war das andere? Kannst du die irgendwie runter bieten, oder? Okay. Ähm. Hammer und Meisel? Noch einmal? Also wenn das jetzt funktioniert, dann... Ah, die ist kaputt. Ich hab den gar nicht mehr, ja. Was ist denn das denn hier beim Knochen? Das hier? Ah. Bucket of Tar? Ne. Eimer reinstecken. Okay, hier muss irgendwas sein. Mein Schloss. Kann das sein, dass ich... Warte mal, ich brauch irgendwas langes. Kannst du denn irgendwas draufschmeißen? Stein oder so, dass das Ding aufbricht, oder so? Irgendwo Steine? Naja, da hinten ist ein Stein drutscht gewesen. Äh. Er drutscht. Da machen diese Geräusche extrem Angst. Kann ich aber nicht nehmen. Ne. Ne, ne Tinderbox. Immerhin. Wer hätt's gedacht. Ich kann den Eimer nehmen. Das kann ich mal probieren, ja. Dunkel. Ich muss mal einen Stuhl nehmen. Ich hab das Gefühl, ich muss da oben vielleicht irgendwo Wasser oder sowas reinlassen. Was ist das da? Warte mal, warte mal. Geh nochmal, schau nochmal hoch. Was? Ne, das war nur okay für mich. Ich hab gedacht, das ist... Weil... Ich hab das Gefühl, da läuft dann Wasser durch und dann kommt der Schlüssel raus. Das wär jetzt so meine erste Annahme. Ja, aber es ist ja nirgends ein Ventil. Geht das hier nicht auf Zeit oder hab ich unendlich... Ich hab da echt nichts, was sich dranhängen kann, ne? Ich bin ein bisschen kluglos, mein Freund. Was? Ich hab das mit dem Stuhl. Ja, das steht glaub ich eigentlich an daneben dran. Das weiß sogar. Ich meinte eigentlich den Stuhl auf die... Achso... Achso... Achso, ne dann. Nicht auf die Kakerlake. Er sagt das doch gleich. Aber endlich... Man schaut schon so aus, ob da hier Wasser rauskommen könnte. Ja, könnte. Aber wo sollst du hier Wasser irgendwie zum Laufen kriegen? Oh Gott, hier drin quält's mir eigentlich, ehrlich gesagt. Oi. Schmeiß mal den Stuhl gegen das Ding. Hm. Das ist voll Kradale. Ich brauch wirklich einfach irgendwas zum Aufsammeln. Also irgendwie so eine Art Schnur oder... Ich probier jetzt mal kurz alles aus. Ich kann doch bestimmt irgendwas mit diesem Scheißteil verwenden. Ja, die Orbs glaub ich nicht. Okay, ne dann machst du das auch schon. Kann ich vielleicht... Achso. Hm. Das ist doch nicht möglich. Ist das... Kannst du das Blut reinschütten? Das hab ich auch schon probiert oben. Aber ich glaub das ist egal, das ist ein... 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 Objekt. Irgendwo muss es was geben. Genau. Was ist denn eigentlich mit dem Typen da? Das ist ja nicht umsonst getriggert worden. Kannst du den wegschieben oder das Bett oder was weiß ich was? Ich kann das Bett zumindest nicht schieben, ja. Ich glaub nicht, dass da unten ist. Weil der drauf liegt. Aber da unten liegt ja nichts, oder? Ich seh jetzt ein bisschen... Ich seh jetzt ein bisschen... Was ist denn das? Ach ne. Plus ein bisschen Textur. Ganz rechts? Ist jetzt nichts. Das ist doch bäh. Sehr bäh. Also wenn's zu lang dauert, dann glaub ich... Mhm. Genau. Mhm.